Aber die Bibel sagt, dass die Weisheit dieser Welt Torheit vor Gott ist. Das sind Idioten in Gottes Augen. Sie kommen sich schlau vor, sie kommen mit welcher Wissenschaft daher. Warum? Weil sie nicht glauben an die Bewahrung des Wortes Gottes. Sie glauben nicht an diesen einfachen Vers, dass Jesus Christus derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit ist. Lass mich dir ein Beispiel dafür geben. Heinrich Derksen, das ist der Direktor des Bibelseminars Bonn. Und das Bibelseminar Bonn, das könnte dir ein Begriff sein. Es ist ein konservatives, bibeltreues Bibelseminar. Ist natürlich alles gelogen. Auch die FTH, die Freie Theologische Hochschule in Gießen, ist angeblich so bibeltreu und so konservativ. Aber die meisten da sind ganz einfach nicht gerettet, wie das in so ziemlich allen Bibelschulen ist. Aber jedenfalls der Heinrich Derksen, Direktor vom Bibelseminar, hat es geschrieben in der Ideaspektrum, habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Und er schreibt, die Bibel selbst ist nicht der Kritik unterworfen. Ja, puh, Glück gehabt. Die Bibel selbst ist nicht der Kritik unterworfen. Das ist ja schon mal ziemlich bibeltreu. Ihre Abschriften und Übersetzungen aber sehr wohl. Das erste Problem, das wir hier feststellen, ist, dass er damit aussagt, dass die Bibel nur in ihren Originalen existiert. Also, nur das, was der Apostel Paulus selbst geschrieben hat, nur das ist das Original. Alles andere, alle Abschriften, alle Übersetzungen sind der Kritik unterworfen. Da können wir nach Lust und Laune kritisieren. Ja, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Hier muss man was hinzufügen, hier muss man das weg lassen. Was? Ich dachte, wir haben immer noch dasselbe Wort Gottes. Weil Jesus Christus derselbe auch heute ist. Also, er schreibt, die Bibel selbst ist nicht der Kritik unterworfen, ihre Abschriften und Übersetzungen aber sehr wohl. Irrtumslos sind die handschriftlichen Originaldokumente, die kopiert und übersetzt wurden. Trotz viel Sorgfalt haben sich, Verzeihung, trotz viel Sorgfalt haben sich dabei immer wieder Fehler eingeschlichen. Deshalb ist die Texterforschung auch als Textkritik bekannt. Ein wichtiges Gebiet in der Wissenschaft, damit die Zuverlässigkeit der Schrift in ihrer Urform wiederhergestellt wird. Wie bitte? Also gehen wir mal dieses Zitat Stück für Stück durch. Ja, er sagte Bibel, Ja, er kommt ganz bibeltreu daher, mit Bibel und die Schrift. Ja. Aber sagt gleichzeitig, dass wir die Bibel nicht mehr haben. Das ist, was er im Grunde genommen damit ausdrückt. Wir haben die Bibel nicht mehr. Aber wie kann sich dann das Bibelseminar Bonn als Bibelseminar bezeichnen? Auf welche Bibel beziehen die sich? Auf welche Bibel in den Originaldokumenten beziehen sie sich? Hey, wir haben keine Originale mehr. Wir haben nur Abschriften. Also auf welche Bibel beziehen sie sich? Sie haben keine Bibel. Sie haben nicht Gottes Wort, weil sie nicht an Gottes Wort glauben. Und das ist so symptomatisch für heutige evangelikale Christen. Wir glauben an die Inspiration und Irrtumsleusigkeit der Schrift in ihren Originalen. Welche Originale? Zeig mir bitte die Originale. Überraschung gibt es nicht mehr. Wir haben nur noch Abschriften. Dann wird so getan, als sei das was Minderwertiges. Aber es ist nicht. Warum? Weil wir an die Bewahrung der Schrift glauben. An die Bewahrung des Wortes Gottes. Das, was ich hier habe, ist Gottes Wort. Es spielt keine Rolle, ob es auf Deutsch ist, ob das die so und so vielte Abschrift ist. Es ist immer noch Gottes Wort. Aber es hängt natürlich letzten Endes davon ab, ob man der Weisheit Gottes vertrauen will oder der Weisheit dieser Welt, die aber Torheit von Gott ist. Aber das Unfassbarste an diesem Zitat, das ich dir vorgelesen habe von Heinrich Derksen, Direktor vom Bibelseminar, das Unfassbarste daran ist, dass er sagt, dass wir die Zuverlässigkeit der Schrift wiederherstellen müssen. Also, Moment mal. Ich muss die Zuverlässigkeit der Schrift wiederherstellen? Die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes wiederherstellen? Weißt du was? Ich habe heutzutage immer noch den originalen Jesus. Ich habe immer noch denselben Retter, der für mich gestorben ist. Ich habe immer noch dasselbe Wort Gottes. Ich muss es nicht wiederherstellen. Es ist immer noch zuverlässig. Das ist genauso wie diese Leute, die nach dem historischen Jesus suchen. Sie wollen irgendeinen historischen Jesus rekonstruieren. Aber diese Flachpfeifen, diese Idioten, verstehen nicht, dass der historische Jesus nur in der Bibel ist. Die Bibel ist so ziemlich die einzige Quelle für Jesus. Warum wohl? Weil Gott will, dass wir an die Bibel glauben. Wo ist der historische Jesus? Nun, in der Bibel. Aber sie wollen eben nicht an die Wunder Jesu glauben. Sie wollen eben nicht glauben. Deswegen suchen sie nach dem historischen Jesus. Und sie suchen nach der historischen Bibel. Weißt du was? Ich habe eine historische Bibel hier. Die Bibel heutzutage ist immer noch dasselbe Wort Gottes. Es sagt immer noch dasselbe wie gestern und wie vor tausend Jahren. Die Zufall, dass ich kalte Schrift wiederherstellen, wie kann man sowas sagen? Das ist Lästerung. Muss ich Gott wiederherstellen? Müssen wir durch die Wissenschaft Gott wiederherstellen? Aber sie glauben nicht an den Herrn. Das ist das Problem. Egal ob es Originale oder Abschriften sind. Sie tun so, als sei das irgendwas Minderwertiges. Aber ist es nicht. Warum? Wir glauben an die Bewahrung der Schrift. Egal ob es Originale oder Abschriften sind, es ist immer noch dasselbe Wort Gottes. Wir haben das Original. Ja, Paulus hatte oder sein Assistent, der für ihn geschrieben hat, der hat natürlich einen Stift in der Hand. Natürlich gab es ein Original. Originale seiner Briefe. Aber wir haben, ich hatte eben schon gezeigt, dass das Wort Gottes Gott ist und ist auch menschlich. Es ist beides. Jesus Christus ist Gott und er ist Mensch. Der Mensch Christus Jesus. Er ist beides. Er ist zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Und deswegen glauben wir an die Bewahrung der Schrift. Jesus bleibt derselbe. Und ob es dann eine Abschrift ist vom Original spielt keine Rolle. Denn Gott hat versprochen, sein Wort zu bewahren.